Ich war heute auf Wald und Wiesen unterwegs und habe unterwegs Girsch geerntet und werde daraus ein leckeres Pesto machen. Das ist wirklich lecker zu Fleisch oder auch zu Spaghetti kann man das gut essen oder anderen Nudeln auf Reis oder einfach so aufs Brot. Girsch schmeckt ein bisschen Petersilienartig also ich mag den Geschmack sehr gerne probier es doch einfach mal aus. Aber bitte beachte sammle auch nur die Wildkräuter die du wirklich kennst und sammle auch an Stellen wo kein Hund oder so Pipi macht damit du das nicht in deinem Essen hast. Also hier zeige ich dir mein Rezept für Girsch Pesto. Für das Pesto brauchen wir zwei Hände voll mit Girsch. Du kannst auch jedes andere Wildkraut nehmen oder auch dazwischen mischen. Dann brauchen wir italienischen Hartkäse. Du kannst hier Parmesan oder diesen hier nehmen. Den habe ich bei Penny gekauft. Den werden wir da drauf reiben. Dann brauchen wir eine Handvoll Nüsse. Und zwar habe ich hier Walnüsse verwendet. Du kannst aber auch Mandeln nehmen oder andere Nüsse. Dann hier ungefähr fünf große Knoblauchzehen. Ich habe hier noch eine kleine dazwischen. Dann einmal Salz. Das wird nachher nach Geschmack und Bedarf dazugegeben. Und auch Olivenöl. Auch hier kann ich dir die genaue Menge noch nicht sagen, weil das nach Geschmack und Bedarf dazu gegeben wird. Das heißt, je nachdem wie flüssig das Pesto dann wird, so viel Olivenöl brauchen wir dann auch. Dazu sage ich dann aber später noch mal mehr. Ich sortiere meine Kräuter immer noch mal von Hand durch, damit ich auch wirklich nichts anderes erwischt habe und ich auch sicher bin, dass ich das richtige Kraut gefunden habe und mitgenommen habe. Und danach gebe ich es in ein Wasserbad mit kaltem Wasser und lasse es erstmal ein bisschen einweichen und wasche dann eventuelle Schmutzreste ab. Beim Aussortieren schneide ich auch dicke Stängel ab, weil die meistens ein bisschen hart sind. Auch Blätter, die beschädigt oder nicht mehr so schön sind, sortiere ich aus. Und dann geht's. Als allererstes habe ich jetzt die Nüsse klein gehackt. Die werden jetzt in der Pfanne angeröstet, bis sie schön duften und in der Zwischenzeit werde ich den Knoblauch hacken und auch den Giersch klein hacken etwas. Hier bitte gut aufpassen, dass euch das nicht anbrennt. Knoblauch habe ich auch zwischenzeitlich etwas gehackt und nun gebe ich Olivenöl hinzu und werde das Pesto pürieren. Dafür nehme ich meinen Pürierstab. Ich habe das Giersch jetzt so lange zerkleinert, bis hier ein dickflüssiger Brei entsteht. Das ist natürlich mit dem Pürierstab etwas mühselig. Wenn du eine Küchenmaschine hast, geht das ganz bestimmt schneller. Aber mir reicht das jetzt erst mal so aus. Jetzt werde ich die Nüsse hinzugeben und auch mein Salz. Und ganz zum Schluss, also ich werde dann noch einmal durchpürieren, und ganz zum Schluss kommt nachher der geriebene Käse dazu. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Den Käse habe ich jetzt gerieben und werde das Ganze vermischen. Und wie du siehst, das ist wie ein dickflüssiger Brei. So würde ich das beschreiben. Das Ganze fülle ich jetzt ab in ein heiß ausgespültes Glas. Also am besten vorher das Glas sterilisieren oder mit ganz kochend heißem Wasser ausspülen, damit keine Bakterien drin sind. Und dann wird das Ganze abgefüllt. Im Kühlschrank hält sich das Pesto für ein paar Wochen. Du musst schauen, dass die Oberfläche immer gut mit Öl bedeckt ist. Bei mir ist das jetzt hier zu wenig. Deshalb werde ich noch ein bisschen Öl nachfüllen, so dass die Oberfläche gut bedeckt ist. Und dann hast du ein paar Wochen was von dem Pesto. Aber ich sage dir, das ist so lecker. Das wirst du ganz schnell aufessen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nachmachen. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn du magst, lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich wünsche dir einen guten Appetit mit deinem Pesto. Und hier ist auch noch eine Idee, was du mit dem Pesto machen kannst. Ich habe hier einfach Brotteig ausgerollt. Du kannst natürlich auch einen einfachen Hefeteig machen. Und dann gibst du das Pesto auf diesen Teig und verteilst das Pesto gut. Dann rolle ich das Ganze nachher zusammen zu einer Schlange, sage ich mal. Und dann packe ich das hier in eine Backform hinein. Und dann wird das Ganze gebacken. Und das ist sehr, sehr lecker. Das sieht auch gleich richtig schick aus, wenn das aus dem Ofen kommt. Ich zeige dir das später auch noch. Und das ist ein echter Hingucker auf jeder Party, weil das so gedreht ist. Das sieht dann ganz schick aus. Auch zum Grillen wunderbar geeignet als Brot dazu. Also auch eine Idee für dieses Pesto. Wie du siehst, ich habe hier auch noch ein bisschen Käse drauf getan. Das muss man nicht. Aber um ein bisschen Pepp noch rein zu bekommen. Du siehst, man kann das ganz einfach aufrollen. Wunderbar. Und dann in Stücken schneiden. Und das war's schon. Und ab in den Backofen. Und so schaut das Ganze dann aus, wenn das fertig ist. Wildkräuter-Pesto-Brot. Und gerade eben habe ich mein Pesto-Video abgedreht und ich wollte mal zeigen, was man im Video im Allgemeinen dann nicht sieht. So sieht es nach der Videoaufnahme aus. Weißt du und hier steht immer noch das Pesto. Und hier steht immer noch das Pesto. Und hier steht immer noch das Pesto.